Tausende Polizisten, Feuerwehrmänner und Küstenwachenangehörige demonstrieren vor dem griechischen Parlament in Athen gegen weitere Gehaltskürzungen. Die Regierung will insgesamt 12 Milliarden Euro innerhalb der nächsten zwei Jahre einsparen. Leider sind wir in der gleichen miserablen Lage wie der Rest der griechischen Gesellschaft. Doch nicht nur unser Einkommen ist betroffen. Gelder für unsere Ausrüstung wurden drastisch gekürzt. Das geht bis zu dem Punkt, dass wir manchmal nicht genügend Polizeiautos oder technische Ausrüstung zur Verfügung haben, um unsere Arbeit zu tun und die Bürger zu beschützen. Keine weiteren Kürzungen mehr, es reicht, steht auf den Bannern der Demonstranten. Die Gehälter im öffentlichen Dienst waren in der Vergangenheit bereits durchschnittlich um rund ein Drittel gekürzt worden. Wenn die Regierungskoalition glaubt, dass Feuerwehrmänner, Polizisten und die Küstenwache mit einem Gehalt von 400 Euro die Sicherheit jedes Griechen sicherstellen können, haben sie sich geschnitten. Und wenn sie glauben, dass sie auf diese Weise Geld sparen, dann lügen sie sich selbst in die Tasche und gefährden das Leben dieser Beamten. Diese drei Männer stehen symbolisch für die Stimmung im öffentlichen Dienst Griechenlands. Die Troika aus EU, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank wird heute das Sparprogramm der Regierung unter die Lupe nehmen, um über weitere Hilfen zu entscheiden. Die Troika aus EU, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank wird heute das Sparprogramm.